Seht ihr das? Auf diesem Starbucks-Schild steht, welches Getränk welchem Sternzeichen schmeckt. Und ich bin Sternzeichen-Zwilling. Welches Sternzeichen seid ihr? Und ich bin nicht gerannt zu Starbucks. Ich habe mich hin teleportiert. Ich habe das Schild nicht gefunden, aber ich habe die Bestellung aufgeschrieben. Aber mir sind so komplizierte Bestellungen irgendwie immer peinlich. Deshalb habe ich mir im Auto davor die ganze Bestellung aufgeschrieben, habe es ihm dann so gezeigt. Und dann ist diese Frau gekommen, ihr Outfit war so krass. Ich habe mein Sternzeichen bestellt, Zwilling, und das Sternzeichen von meiner Mama, Löwe. Meine Bestellung hört sich so komisch an. Und ich habe Limonade mit Sahne und Mokka-Sirup und ich war mir so sicher, dass es nicht schmeckt. Aber es schmeckt voll gut. Meine Mama probiert jetzt und sie sagt, es ist lecker, aber es ist zu süß für sie. Und ich habe beide Getränke hintereinander probiert und ich fand meins echt geiler. Welches Sternzeichen Getränk soll ich als nächstes testen?